Hallo liebe Steinböcke, herzlich willkommen zu eurer Tarotübersicht für den Monat März. Du bist genau richtig hier, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Steinbock ist. Und ja, ein kurzer Disclaimer bevor wir beginnen, der muss sein. Dies ist keine persönliche Legung. Nimm dir daher wirklich nur das für dich heraus, was richtig und wichtig erscheint und lass den Rest gehen. Okay, jetzt habe ich kein Wasser hier. Ich hoffe, wir kommen so durch. So, für den März. Schütze. Was ist wichtig für Schütze? Was soll Schütze wissen? Worauf soll er sich vorbereiten? All das, was wichtig ist. Wir haben die vier der Kelche. Also vielleicht etwas Langeweile im März. Vielleicht weißt du auch ein Angebot ab. Steinbock. Ja, also ich glaube, du stehst in hoher, in Heidi Mahn. Wie heißt denn das? Also du bist gefragt im März, okay? Du bekommst sehr viel Kommunikation. Das kann im Beruf sein, das kann im Job. Habe ich schon gesagt, es kann im Job sein. Es kann in einer Gruppe sein, es kann im Freundeskreis sein oder in der Liebe. Ja, ist für jeden anders. Und es kommen sehr viele Anfragen hier für dich, okay? Wenn du ein eigenes Business hast, wenn du ein eigenes Geschäft hast, dann ja Daumen nach oben. Also du bekommst so viele Anfragen von Kunden oder Klienten oder was auch immer, dass du Angebote ablehnen musst. Also dass du wirklich sagen musst den Leuten, tut mir leid, ich habe keine Kapazitäten mehr in den nächsten Wochen, Monaten, okay? Also da kommt sehr viel rein. Der Wagen. Jawohl. Also super erfolgreich. Der Monat März, der wird extrem erfolgreich für dich sein. Vielleicht expandierst du, gerade wenn du ein eigenes Business hast, ja? Vielleicht expandierst du mit etwas. Also dass du vielleicht sagst, oh, ich habe vorhin ein kleines Business gehabt, war alleine, jetzt muss ich sogar jemand einstellen hier, okay? Weil das so, so gut läuft. Dann kann es natürlich auch sein, dass du hier neue Dinge erfährst, ja? Also zum Beispiel vielleicht bewirbst du dich ja gerade für Stellen und du bist sehr gefragt. Also vielleicht bekommst du sehr viele Vorstellungsgespräche und musst vielleicht auch einige absagen, weil du sagst, es passt nicht. Wenn du natürlich viele Anfragen hast, dann hast du ja auch die freie Wahl. Und es kann sein, dass du dich dann für etwas entscheidest, was vielleicht ein bisschen außerhalb deiner Komfortzone liegt. Weil du sagst, ich kann da was lernen, das ist was Neues für mich. Und ich möchte ein bisschen expandieren, mein Horizont oder eben beruflicher Natur, ja? Von daher, ja, also schon sehr, sehr erfolgreicher Monat, würde ich fast sagen. Also so wie es anfängt, auf jeden Fall. Dann schauen wir mal weiter. Ansonsten, falls es hier so um Privatbereich geht, kann es sein, dass du eine kleine Reise machst. Vielleicht triffst du jemanden, mit dem du vielleicht geflirtet hast oder so. Vielleicht wohnt diese Person etwas weiter weg. Oder du besuchst alte Freunde. Auch das ist möglich hier im März. Für Steinbock im März. Was ist wichtig? Der Bohnen. Okay. Ja, ich glaube, du kannst dich nicht ganz so treiben lassen. Ich weiß nicht, ob du das sonst vielleicht gerne tust, ja? Dass du hin und wieder auch mal den lieben Gott, einen guten Mann sein lässt. Aber das ist im Monat März nicht möglich. Okay? Du kannst das im Monat März nicht machen, weil du so viel zu tun hast. Ja, also das läuft zwar alles, aber es ist relativ restriktiv, ja? Also es ist in relativ festen Bahnen alles, weil du eben einfach einen richtig durchgetakteten Stundenplan hast einfach im März, ja? Also du bist wirklich stark gefragt, ob jetzt im Beruf oder im Privatleben. Du bist ständig unterwegs und hast keine Zeit. Oh, vielleicht hast du manchmal auch das Gefühl, dann doch ein bisschen, ne? Ich bin zu sehr in diesem Stundenplan gefangen und kann mich leider überhaupt nicht mehr frei bewegen. Ich habe halt keine Zeit, vielleicht für Dinge, die ich sonst getan hätte. Mal ein gutes Buch lesen oder einfach mal rausschauen, in die Wolken schauen oder so. Ja, also vielleicht ist dafür einfach keine Zeit. Okay? Privat könnte es auch so ein bisschen Privat stressen. Es gibt ja so Sozialstress, dass man sehr viele Dinge tut und dann sich auch ein bisschen gestresst fühlt. viel Steinbock. Wir haben die Zehn der Schwerter. Die Zehn der Schwerter ist definitiv ein Ende, aber wovon? Vom Schmerz? Inwiefern fühlst du denn Schmerz? Okay. Schauen wir mal. Für Steinbock im März. Wow. Die Kraft? Okay. Also, ganz klare Warnung. Ähm, brenn dich nicht aus. Okay? Also, auch wenn es sehr, sehr gut, also sag lieber einen Klienten mehr ab als zu. Okay? Auch wenn du denkst, im Moment läuft es so gut, ich muss alles mitnehmen oder auch freundesmäßig oder romantisch oder wie auch immer. Also, nimm dir Zeit für dich selber, denn du könntest tatsächlich in so eine Art Burnout kommen und das wollen wir auf keinen Fall. Also, sobald du merkst, so, das ist mir einfach ein bisschen viel, tritt die Bremse. Okay, das ist sehr, sehr wichtig im März. Dann sag lieber ab vorher, ja, wenn jemand anfragt oder so oder dich einlädt, dann sag lieber vorher ab, weil du sagst, ich brauche mal einen Tag für mich. Das ist völlig okay. Als vielleicht, ne, dann hinterher abzusagen, das macht dann vielleicht einen schlechteren Eindruck. Aber wenn es nicht anders geht, mach auch das. Die Liebenden auf dem Kopf. Ja, also, gib auf jeden Fall viel Energie in dich auch. Ja? Also, gib nicht so viel, also, ne, also, halt dich auf jeden Fall an das Prinzip der Königin der Kelche. Die ist jetzt nicht hier, aber dennoch, das ist ein gutes Prinzip für dich. Die Königin der Kelche gibt nur, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt vielleicht finde. Ach, da ist sie direkt. Sie sollte für dich kommen, okay? Die Königin der Kelche, ich weiß nicht, ob du das siehst. Sie hat hier den Kelch und dann hat sie hier so eine Schale. Und sie füllt in den Kelch. Und das, was aus dem Kelch in die Schale läuft, das gibt sie an andere. Niemals aus ihrem Kelch. Ja? Also, schau, dass dein Kelch gefüllt ist, weil sonst droht ein Burnout. Also, wenn, ne, wenn du Dinge gibst, wenn du deine Energie hergibst, dann nur die überschüssige Energie. Niemals von deiner eigenen, ähm, Energie oder von deiner eigenen Selbstliebe und so weiter, ja. Das ist ganz wichtig in diesem Monat, weil, wie gesagt, ne, die Liebenden ist auch Selbstliebe. Wir haben das auf dem Kopf. Du gibst dir nicht genug, ähm, Freiheit, ne, du bist immer da für andere, aber du musst auch für dich selber schauen, ne, wo, wo kann ich mir was Gutes tun? Wo kann ich mir die Dinge erleichtern? Ne? Also, das ist sehr, sehr wichtig im Monat März. Okay? Upp. Ja. Wir haben die 5 der Münzen. Ansonsten, ja. Ansonsten droht dies, ja. Ich meine, die Herrscherin ist am Boden des Decks. Das ist eine Energie, ne, es ist eine sehr feminine Energie, klar, es ist die Herrscherin. Und die feminine Energie ist die Energie der Anziehung. Die Energie, äh, die Herrscherin, die geht nicht auf die Jagd und sucht das, was sie will, sondern sie zieht es an. Und das ist vielleicht jetzt hier der März, so eine Aufforderung, so eine kleine. Schau dir das Energie der Anziehung, äh, das, ähm, Entschuldigung, das Gesetz der Anziehung an. Das könnte für dich sehr hilfreich sein, denn, ähm, ich glaube, du bist zu sehr in der Maskulinenergie. Also, du gehst zu viel, du machst zu viel, du tust zu viel, du hörst nie auf. Und das funktioniert auf Dauer nicht. Das muss immer im Gleichgewicht sein. Ne, ansonsten fühlst du dich ausgebrannt, du fühlst dich leer, du fühlst dich verwirrt, ja. Irgendwie alles ist foggy. Von daher, bitte, ähm, nimm dir Auszeiten. Wenn du magst, dann beschäftige dich ein bisschen mit dem Gesetz der Anziehung. Ansonsten, wie gesagt, du könntest halt sonst wirklich, ähm, da, da liegen. Ne, wir haben ja nur die Zehn der Schwerter und könntest nichts mehr machen, weil hier sowas wie vielleicht eine Depression einsetzt oder ein Burnout oder so. Also, bitte, bitte nimm die Zeit für dich selber. Okay? Gut, wir schauen jetzt mal auf den Pick a Pile Teil, auf den Pick a Card Teil. Wenn du eine Frage hast, dann stelle sie jetzt, halte sie in Gedanken, während ich die Karten auslege. Wenn du keine Frage hast, ist das kein Problem. Du darfst natürlich trotzdem, ich runter möchte, du darfst natürlich trotzdem einen Pile auswählen. Es wird auf jeden Fall so eine kleine personalisierte Antwort für dich da sein. Drauf gespuckt. So. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Wenn du mehr Zeit zum Aussuchen brauchst, pausier jetzt das Video. Ich drehe jetzt um. Wir haben. Nichts wird aus dieser Situation kommen. Engel der Alchemie und Wunder. Okay. Es kann natürlich so sein, dass du diese Situation einfach sehr gut überstehen wirst, ja, auch wenn du dich vielleicht ausgebrannt fühlst, ja. Es ist quasi ein Wunder, wie du dich so verausgaben kannst und trotzdem bist du noch relativ fit, ja. Dann hast du vielleicht innere Reserven, die du dann angezapft hast. Aber bitte, wie gesagt, laufe niemals auf deine Reserve. Das ist sehr ungesund. Ich weiß das. Okay. Ich spreche aus Erfahrung. Also von daher immer wirklich nur das, was du überschüssig hast, geben. Ansonsten kann es auch sein, dass etwas passiert, von dem du denkst. Das wird nicht in dein Leben kommen. Das wird nicht passieren. Das kann nicht sein. Das muss ein Wunder geschehen und dann passiert das Wunder. Okay. Also irgendetwas, was du dir erhoffst, erwünscht hast, wird passieren, obwohl du gedacht hast, es wird nicht passieren im Monat März. Okay. Leg dir das aus, wie du möchtest. Das ist sehr speziell und spezifisch für dich. Okay. Danke, dass du da warst. Nummer eins. Vergiss nicht, dein Däumchen nach oben zu geben. So. Nummer zwei. Die Emotionen laufen hoch und heiß. Die mürrische rote Fee haben wir mit Sei du selbst. Ja, auch hier, vielleicht hast du die Tendenz, deine Emotionen zu begraben. Das ist übrigens auch ein Motor von Burnout. Dass man sagt, ich arbeite sehr viel, aber die Emotionen, den Stress und so weiter, den schiebe ich einfach beiseite. Und gleiche das auch nicht aus. Und das ist immer so das Problem. Alles muss in meinem Balance sein. Sonst läuft der Motor heiß oder in dem Fall hier die Gefühle. Lass die Gefühle raus. Sei auch murrisch. Sei du selbst. Also lass die Emotionen raus. Die gehören zu dir. Ja. Schlage natürlich nicht irgendwie einen vorbeilaufenden Menschen auf der Straße oder so, sondern platziere deine Wut vielleicht dahin, wo sie hingehört. Oder geh boxen oder laufen. Renn die Wut raus. Also auf jeden Fall. Oder auch die Traurigkeit. Weine, wenn sie, wenn sie kommt. Ne. Also hier, du darfst deine Emotionen ausdrücken. Die gehören zu dir und das ist völlig in Ordnung und richtig und super. Denn das verhindert wirklich so, ja, Depressionen und Burnout. Also lass die Emotionen raus. Im März ganz besonders. Okay. Danke, dass du da warst. Gruppe 2. Vergiss das Däumchen nicht. Und Gruppe Nummer 3. Zeige dir Welt das wahre Ich. Und das ist sehr ähnlich. Sei du selbst. Und wir haben den Tod und das Mädchen. Vereinnahmung, Grenz, Überschreitung, Dominanz. Für dich kann es so sein, dass jemand hier dahinter steht, dass du dich so verausgabst. Zum Beispiel ein sehr dominanter Chef, der dich quasi antreibt, antreibt, antreibt und du weißt nicht, wo du hin sollst. Ja. Hier ist es eben, zeigt der Welt das wahre Ich. Du darfst dich auch auflehnen. Wenn, vielleicht auch gehen. Okay. Also vielleicht ist das der einzige Weg aus diesem Hamsterrad, aus dieser Position zu gehen. Vielleicht ist es auch jemand in deinem Freundeskreis, der hier sehr vereinnahmend und grenzüberschreitend ist. Ja. Dann stelle dich dieser Person. Zeig dieser Person, wer du bist. Du bist Steinbock. Ja. Du bist das Erdzeichen, das am weitesten kommt. Okay. Und du musst dich nicht von irgendjemand dominieren lassen. Das hast du gar nicht nötig. Okay. Also stell dich dagegen. Such dir vielleicht was Neues oder geh aus dieser Situation. Ja. Du, vielleicht hast du ein Problem mit dem Selbstbewusstsein. Das passiert schon mal, wenn man in solchen Situationen ist. Aber du hast es drauf. Okay. Ja. Dein wahres Ich ist genau das, was die Welt sehen soll. Okay. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo, sodass du nichts verpasst. Klingelt auch das Glöckchen an. Und falls du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, dann kannst du das zum Beispiel mit einem kleinen Trinkgeld über den Superthanks-Button, das kleine Herz unter diesem Video. Ansonsten gibt es noch Amazon und Paypal. Die Links und Infos sind in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Und ich sag danke, dass du da warst. Wünsche dir trotz allem einen wundervollen März und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin!